ich weiß nicht wie lange der vorspann gegen aber ich habe zwei minuten oder beziehungsweise eine minute für stream gebraucht also denke ich mal schon eine minute wird er ungefähr gebraucht haben tolle charaktere kann man sich nicht beschweren ja heute mal ohne manche herzlich willkommen hierzu in einer folge overwatch ja mein kabel saß gerade ein wenig bescheuert deswegen werde ich das jetzt wahrscheinlich umgeändert haben ich drehe nämlich ein bisschen an dem kabelsalat und merke das wird so nichts also ich lasse einfach alles so wie es ist sorry für das knatschen wollte ich nicht so meine lieben friends ich weiß doch gar nicht die hat irgendwas ist doch hier faul irgendwas ist mit dem kabel los ich komme darauf gerade gar nicht so richtig klar so jetzt aber ja ich fange jetzt einfach mal online runde an weil training und so hatte ich schon es kommt auch ein video es kommt sogar noch mehrere videos und kings row ich trainiere mich ein bisschen ein hier ist natürlich logisch weil man braucht es einfach so whatsapp nachrichten natürlich sprach notizen als wrecking ball wollte ich jetzt nicht spielen mal gucken ich probiere mich jetzt einfach mal aus ich würde schon mal gerne mal wieder mit reiner zocken solange man noch in der heimatbasis ist ein übungs gefecht das ist geil an reinhardt der kann alle weg crashen wie er will haben bereit gefickt zu werden ach so ja also mit reinhardt habe ich schon ein bisschen rasiert na so ich werde mal dominik gleich antworten digga real doch schön warum kriegs reinhardt ganz klar bruder ich habe 300 kann ich momentan am besten spielen das ist einfach so ja unser team ist gar nicht mal so schlecht macht keinen bock auf die händen details geht auch ohne ich finde es auch mit den charakteren voll lustig dass jeder so sein eigenes seinen eigenen stil hat und so angreifern 30 sekunden der charakter ist so ein rambock schade oder da muss ich aber wieder hin habe ich aber eiskalt genascht nein das wirst du wirklich nicht das wirst du wirklich nicht von hinten ja moin ich wechsle jetzt mal die helden mal gucken was diese drauf hat die dva ach du scheiße bruder was ist das denn die dva ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin als ob heil lieber zuschauer ist klar ja nun mal jetzt mal oresa ich probiere es einfach mal jeden auswahl ich habe noch nicht jeden ausprobiert wir haben panzerung aktivieren und bomben loslassen schade das war geil bruder mit dem habe ich echt rasiert also ich habe den also das heißt ich habe ihn doch eliminiert ach so das ist eine barriere junge das ist sowas von sozial 300 hatte ich schon gespielt road dog geht gerade nicht also auch der geht doch was kann der so schön ist die meisten können ja gut barrieren aufstellen ich hab einen, ich habe den im Begegnet ich bin wieder gebetet, warum hab ich mir verletzt ich leckere mich las meEC die leute sorry falls das gehört habt aber jeden fall ist hier über den helden noch entfernen ok unternehmen nicht ich finde seine blitze irgendwie voll scheiße da muss erst mal klar kommen bruder aber sonstiger ist das spiel absolut genial das ist natürlich nicht sogar jetzt mal wrecking ball ich will mal gucken wie wrecking ball ist er ist ja genauso wie das andere wie diese die wasser oder wie die heißt was ist das denn ach so ok ja ja nie was ich genug spiel herr durch doch kommen so wrecking ball geht also nicht dann nehme ich jetzt mal zarya dafür sollte man window maker hassen dass der sich überall verschanzen kann der kann sich wirklich überall verschanzen macht sich in einmal unsichtbar und dann leider dann ist wieder was los hier schön wenn man hier der weiß auf jeden fall wie man das einsetzt ach kann ich schon wieder eure kommentare nicht sehen ist das schon wieder so ein piss hier kann ich den scheiß noch generell ausstellen habe ich eine größere facecam aber was ist das dann immer für ein mülliger ich wollte schon sagen bruder nein fordner wird heute nicht gespielt john musst du leider akzeptieren ich werde jetzt meinen helden mein helder mein held wird rockdog sein so mal gucken was der kann bin ich mal gespannt auf jeden fall liebe damen und herren bin ich ein bisschen traurig über die zuschauerzahl zwei zuschauer einer davon bin ich nicht gut nicht gut dass ich schon wieder hier keine kommentare sehe das ist mega sozial muss ich mal meine einstellung was machen egal dass es garantiert nicht mit okay gut jetzt weiß ich was er kann hm 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 soja vielleicht deine regel ja genau ich wollte eigentlich das dynamit werfen ok den hat sie auf jeden fall schmeißen wir hier einfach mal was ich hasse diesen also das hasse ich definitiv und wie gesagt fortnight gerne morgen aber wie gesagt wenn wir jetzt so eine kurze runde und ich wollte mal overwatch gucken weil ich mag das spiel einfach das gefällt mir einfach dass man hier verschiedene charaktere hat und jeder hat so seine eigenschaften und der kann an sich herumschrauben passiert passiert ok dieser skin gefällt mir am besten auch scheiße hätte ich doch noch da hinstellen sollen naja dann machen wir das jetzt einfach besser so logisch so mein head wechseln stimmt der ist ja hier faust der schießt nur mit seiner faust was ich ja an sich auch nicht schlecht finde ok sein uppercut verstehe nicht so richtig da kommen starte und abfahrt ich gehe mal hier lang damit die meisten halt dort angreifen können und ich komme dann von der seite einfach ok das war ne mit denen kannst du nicht spielen dann spiel ich lieber mit dem genji ok hier ist auf jeden fall ein reinhard den müssen wir irgendwie wie kann er mich killen bruder ne den skins nicht auch kacke mal gucken was haben so mir bringt wie gesagt ich möchte einfach mal ok ey dieser der weiß einfach genau wie er damit umzugehen hat ja schon grad ja schon grad den müsste ich jetzt aber ich muss ein bären fall sind denn hier die gegner ok hat sich anscheinend einer durch geschlingelt ok highlight des spiels highlight des spiels na er nun wieder ja ja also wie gesagt ja bali ja egal das sind alles gute angebote jungs aber wie gesagt ich wollte mal was anderes zocken lootbox erhalten kann ich die auch gleich öffnen gott sei dank gerade so die kurve bekommen nicht genug spieler die war bis hier also mache ich jetzt mccree ich glaube der könnte nicht zu mir passen glaube nicht übungsgefecht wenn man jetzt hier auch mal ein paar gegner hat jemand jetzt hier wo man es ausprobieren könnte so ein paar bots wo man wo kann man denn jetzt hier wo kann ich jetzt was schreiben ok ich muss los hab nasenbluten sooo dann schauen wir doch mal wo oh nicht bewegt oh ich brauner Das ist so, das ist an Reinhard natürlich die größte Stärke, dass er wartet, aber denn trotzdem kommen kann, da hast du recht, äh, alles, ach so, die kann ich als Verteidigung so zu sagen, ah ok, gut, gut zu wissen, gut zu wissen, was man alles hier kann, hmm, jetzt sind wir drin, Spielfahrer, äh, ich muss diese Kommentare hier andauernd lesen, ich finde das aber so dumm, weißt du, Jenta, ich bin kein Fortnite YouTuber, ich mache eine Vielfalt, na, Jungs, na, ich werde jetzt erstmal hier mit, nee, nicht Hanso, ähm, McCree erstmal weitermachen, gucken wie der ist, so, was kann der Bundeskanzler, ich muss morgen lernen für den Test für Chemie, der Bundeskanzler kann, hat den Befehl, hat Befehl zum Führungsgewalt, für den Krieg, äh, kann den Minister wählen, und hat die Richtlinienkompetenz, supi, habe ich alles, so, dann gehe ich hier raus, ach, dein Ernst oder was? Achso, ach, da kann man ja gar nicht, ah, ok, gut, gut, weiß ich natürlich jetzt mehr, der Zielpunkt ist jetzt aktiv ich schnappe wieder das Ziel, los bewegung wäre auch schön, hätte mich mal hier abgedeckt schade aber ich habe es beinahe mit drei Leuten aufgenommen, das muss man wieder posi, ach, bei der war ich ja auch schon, genau, ich war ja schon bei der es lohnt sich für unsere Welt zu kämpfen ja, ok, macht anscheinend jemand die Verteidigung, auch nicht schlecht hatte ich für eine schlechte Idee, was sie da auch immer macht, hier ja, ok, ja, ok, ja, ok, ja, ok, ja schade hat nicht so funktioniert aber overwatch ist zuhör jetzt nämlich immer paracraft ok ja mich natürlich einsperren hier gerade als ich anfangen wollte so wenn jetzt hier keiner zuguckt dann würde ich jetzt keine kommentare lesen wollen ok aus Versehen kaputt gemacht naja ich habe eine gute versicherung zahlt los jetzt ja die macht alles kaputt hat er mich rasiert ja also den adler naja doch probieren es weiterhin so wie reaper ist weiß ich der ist auf jeden Fall richtig gut ich muss das einfach lernen mit irgendeinem skin damit zu spielen man muss halt mit allen lernen zu spielen als reaper bin ich glaube am besten auf groben bisher näher so paragraf passt mir überhaupt nicht ja muss das jetzt unbedingt sein ja ich dachte ich habe ihn eliminiert scheinbar wird auch nicht schon es welchen land den ja Spürt die reißende Kraft. Ne, das waren doch... Ja, und sie lässt den Schrank halt halb offen. Naja, wieder ein Moltis, ne? So. Okay, Soldier geht noch nicht. Ähm... Oh, Sieg. Alles klar. Ja, das war schön. Auch die Screens gefallen mir ganz gut. Oh, Highlighter spielt's. Alles klar. Ich fahre's auf jeden Fall nicht. Hm, ob das jetzt wirklich das Highlight des Spiels war? Und der kann sich nicht so richtig entscheiden, ob er bleibt oder... Oder was. So, das hab ich definitiv schon mal geschafft. Nächstes Match beginnt in 7 Sekunden. Äh... Ja, gar nicht mal so schlecht das Spiel, also... Du bist einer Gruppe beigetreten. Das ist schön. Nicht genügend Spieler, neues Match. Willkommen in Hollywood. Na, Hollywood. Na klar. Dann werde ich wohl Sambara machen. Man kann alles hacken. Und... so liebe leute ich fühle mich lange so ein bisschen verstehe ich rede hier mit mir selber aber ist kein problem also dafür mache ich es ja auch live um mit mir selber zu reden so sombara widow maker habe ich auch ich weiß auch nicht wie soll man denn die anderen freischalten hat da irgendeiner eine ahnung naja gut werde ich dann einfach mal gucken jetzt muss man wieder warten das könnte spät das ist auch die 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 Das war's für heute. oh man aber so an sich ist diese frau auch nicht schlecht muss man ja mal sagen aber ich mache jetzt einfach mal weiter mit symmetra freigegeben die und eliminiert nein und es war so knapp es war so knapp liebe friends liebe damen und herren liebe friends hier schade bruder schade so ok den hat schon jemand also sprich mit einer weiter sniper ist ja gar nicht mein ding es ist überhaupt nicht mein ding ja Ne, also Wie, jetzt habe ich wieder zwei Zuschauer Ich kann aber eure Kommentare nicht lesen Kommt drauf an, wer jetzt online ist, ne So, wer ist jetzt online von euch? Ich sag Konis Nein, Spaß Ah, ne, ein aktiver Zuschauer Ach, Florian Hallo Gerade eben war noch zwei da Du hast dann schon den einen vergrault Wiederverlängerung Ah, das ist auch ein geiler Skin Definitiv Äh, warum haben wir verloren? Achso, wegen die 100% und so Hm, ja, aber Na, dann werden wir jetzt aufholen, Bruder Unser Ziel Jetzt wird gezockt Sie hat genauso recht Ah, okay Ah, der ist ja noch geiler als Reinhard Das ist ja geil Nichtal Ok , wenn wir da hin dieser skin ist richtig geil irgendwie ich kann sogar andere leute heilen wie geil ist das denn ja moin heilung ja somit heilung habe ich es ja auf jeden fall floh bitte also los sei gar nicht mehr da so brigitte fand ich gut regitte fand ich super also konnte ich nicht meckern die hat richtig auf die kacke gehauen nicht nur auf die kacke gehauen sondern kennengelerle einfach diga das ist einfach nur hammergeil ja rackingball ist auf jeden fall da ging es zum macht los luigi bitte schreiben lieber zuschauer ich brauche unbedingt einen ansprechpartner hier okay so ein richtiger party atze den habe ich so geht den hat man sogar bei sonic spielen kennt ihr so kennst du so lieber zuschauer die sonic spiele so damals sonic sega allstar racing aber das war noch geniale dinge ohne zwei gewonnen bro das ist schon mal ordentlich das habe ich auch noch so nicht erlebt das ist jetzt eins zu eins bruder so bruder muss los hier dann machen wir mal wie man kann heilen und vergiften das ist ja eine hexe auf jeden fall auch ein cooles charakter auch eine cooler kam auch eine coole charaktereigenschaft dass man schaden oder heilung machen kann das ist auf jeden fall schon mega nur das ist halt dumm ist dass sie keinen schaden weitermachen aber das ist auch nicht unbedingt meins so die charakter werde ich mir heute erstmal nicht merken weil ich habe noch ein bisschen das war das gerade ein gegner zeit für reinhardt der gerechtigkeit wird genüge getan werden erst mal mit reinhardt ich hätte mal ein unglaubliches schild die reißende kraft die reißende kraft seit dem das ist Wie haben die mich jetzt gefangen bekommen? Das habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Achso, mhm. Einfach nur geniale Typen, die da spielen. Die dürfen nicht auf 100% kommen. Gut, haben wir. Haben wir zerstört. Bruder, die haben schon einfach mal 99%. Ja, Digga, wie soll ich denn? Ähm, alles klar. Ähm, mit welchem Charakter konnte ich ihn noch ganz gut? Mit Brig... Äh, na gut, mit der Lage. Jetzt ist eh vorbei. Aber war schon keine schlechte Erfahrung, muss man so sagen. Also, ähm... War nice. War richtig... Na, dass ich wieder das Highlight des Spiels bin, hätte ja keine Ahnung. Hm, Doppelkill. Auweia. Da war aber einer richtig on fire. Also, Halleluja. Ähm... Erstmal die zwei Lootboxen öffnen. So. So, was habe ich denn jetzt? Ah, zwei Lootboxen. Öffnen. Okay. Habe ich jetzt Luigi ausgerüstet. Und... Schön. War jetzt die zweite. So, liebe Damen und Herren, das war es auf jeden Fall heute mit Overwatch. Wenn ihr dabei sein wollt, beim nächsten Mal, bitte gerne einschalten. Haut da rein. Euer John H. Ciao. Ciao.